Also, Bebetan ist nie was Gutes. Ist das mein Blut? Wow, schießt er auf mich? Wow! Easy, ganz easy. Ja, war klar, dass ich jetzt hier eine Rakete werfen kriege. Hm. Na toll, ich treffe hier nicht mal. Oh doch, der, der für PC. Okay. Komisches Flugzeug, äh Helikopter. Okay, egal. Von der U-Bahn, direkt, von, hoch, aus. Okay, haben wir nicht gesehen, haben wir nicht gesehen. Das heißt, ich kann ihn rapen, das heißt, ich kann ihn rapen. Der macht so seine beschissene Runde. Er kann mich aber nicht sehen. Okay, gut, er kann mich doch irgendwie so vor der Kim. So, fast er noch easy lebt. Ich mach ihn hier nicht fertig. Da, Mann, friss das! Und das! Und das! Und das! Und das! Oh, shit! Na gut, der ist stärker. Oh. So, jetzt warten wir kurz. Wenn ich den Heli eh nicht zerstören kann. Anscheinend. Wow, 100, wow, ich hab 100 Team, Mann. Ich werde mich jetzt einfach hier ein bisschen verstecken, bis der abfliegt. Tada! So, jetzt käme ich mich um diesen scheiß Mächtigen da. Scheiß Roboter. Oh. So, gleich den vorbeilaufen darf er hinten. Wo ist er? Oh, das muss Schmerzen voll in die Fresse. Raketen. So. Zwar ist ein ganzes Magazin verbraucht, aber es ist was wert. So, jetzt hol ich mir die Stoffflinte wieder. Interessant. Okay, ich bleib bei dabei. Zwei Magazin, das ist voll episch. So, die Minigun für normale Gegner. Und das hier. Und das hier. Und mich irgendwas nervt. Den Opfer kann ich immer noch schlagen. Wenn ich nicht hinsehe. Dann ist der Ego nicht da in die Tür. Ah nein, die Treppe. Ich weiß nicht, wo ich mich nicht gehen soll. Ich bin unterwegs zu dir. Warte. Wann darf ich nicht hin? Ah, verflucht. Ähm, okay. Muss ich da wohl... ...mich da durcharbeiten. Mein Gott, die halten dir ne Menge aus! Das ist lächerlich. What the fuck? Need for speed. Need for speed. Das ist wie mir. Es ist ein Teil, da gab es auch ein paar Koste, wo ich diese Alice verfolgt habe. Oh fuck. Da ist jetzt irgendwas Großes drin. Draußen. Mehr weg. Was ist so verdammt der Henker? Was ist so verdammt der Henker? Was ist so verdammt? Irgendwann hat jetzt die... die... die Wand weggespringt. Was ist so verdammt der Henker? Okay, ich wache kurz einen Blick. WTF?! Das ist ein riesiger Mech. Okay, okay, aber so können es hinweg. Dadurch weif diese Minen hin, äh diese Granaten. Ah, falsche Tor. Oh, Jesus. Oh, shit. Steck genau vor mir. Okay, wo ist meine Kette? Fuck, und wenn ich jetzt nicht draufgehe, bin ich geliefert. Heilige Scheisse sind gross. Okay, okay, das sind schon Blitze. Mach's nicht mehr lange. Shit. Fuck, das mit dem Auto war sogar meine Schuld. Okay. Boah, was für ein Monster, Mann. Okay, will ich ein paar Raketen dazu bekommen? Oh, super. Oh, Minen. So, und noch ein paar Raketen. So, wenn ich sterbe, war alles umsonst. So, ich weiß nicht, ob das Spiel so ehepisch sein kann. Ich sehe vor, das Feld runter und rollt da entlang und macht alle Minen platt. Aber so, ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Machen wir es mit dem Dingern. So. Was ist, war, war jetzt noch einer? Was hat denn das Ding geschrottet? Oh. Oh, fuck, noch so einer. Was ist denn mit dem Licht los? Ey, schieß nicht auf mein Minigeschütz. Nein. Oh, shit, das kommt zu mir. Los, komm her, komm her, komm her. Mal los. Ich habe keine Granaten mehr. Noch ein Geschütz frisst das. Und ich habe jetzt noch meine Raketen. Oh. Wo ist der? Oh, scheiß steuer. Ey, du bist schon so gut wie tot, man. Aber zerstört. Ich weiss nicht, ob da ein Mensch drin sitzt. Noch einmal. Oh, zweimal. Oh. Oh, fuck, 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 noch einmal, noch einmal. Mann, ey, scheiß steuer. Was ist denn noch? Er lebt noch? So, nimm das. Oh, fuck. Geh doch kaputt. Oh. Gott sei Dank. Ey, du bist voll episch, Mann. Kann ich dich mitnehmen? Ah, fick dich. Checkpoint? Oh, was ist da hinten passiert, das machen wir langs. Aha. Er lebt noch da noch einer. Oh, noch ein paar Raketen. Oh, das ist schon wieder. Ja, ent, 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 ent mal eine ruhige etage. Das ist sogar schon der Alzga Okay, da ist nix Oh fuck, das sieht nicht gut aus Was ist das, man? Die Musik gefällt mir wieder immer nicht Was ist das? What the fuck? Okay, ganz ruhig Oh oh Sie wissen es immer noch nicht, was sie sind, warum sie hier sind Du wirst Gott unter Menschen sein Ja, das kennen wir Hä? Okay, dieses Geräusch Scheint Glitch zu sein Das will mich jetzt vermutlich verfolgen Und dann hat sich die Tür geöffnet Na, dieses Geräusch wird jetzt bleiben Was ist das? Positively, no admittance Warum weglaufen? Sie können nichts entkommen, dessen Teil sie waren, bevor sie geboren wurden Aha, okay Was immer du sagst, Bruder Warum weglaufen? Warum weglaufen? Oh oh Gott, das ist so offensichtlich Du wirst nicht sterben Du stirbst nicht Ist das im Bürogebäude? Okay Oh, der wird in Teil 2 Immer noch dasselbe Oh auch Oh Oh Okay